Herzlich Willkommen zu unserer Song-Challenge. Heute geht es darum, Intros zu erraten. Wir haben zwei Teams. Team A und Team B. Und wir erraten uns am Abend. Wir beginnen mit Kindheitssongs. Let's go! Ganz kurz, Julian. Wie schätzt du deine Stärken ein? Meine Stärken liegen, glaube ich, schon bei Toku, aber auf jeden Fall nicht bei Nikolini. Kika vielleicht ein bisschen. Bei mir ist es Feuer. Kika eigentlich? Ja, ein Kika-Kind. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Pokémon. Ich hatte die CD zu machen. Pokémon-Kenner. Ich hab das sogar noch mal geguckt, als ich 18 war oder so. Noch mal kommt der Pokémon. Deswegen, das weiß ich. Ich will der Allerbeste sein, die keiner vor mir war. Nein, hätt ich's gewusst. In der Verleihung fand ich sie wieder. Ich kenne die Gefahr. Who's that Pokémon? Is... Henry Ludwig Schulze. Was man dazu sagen kann, wir haben eine Kategorie mit sieben Songs. Und falls beides nicht wissen, hat jeder ein Jogger-Prone. Also, in dem Fall hätt ich's auch nicht gewusst. Aber hätt ich's gewusst, hättest du den Jogger-Zinger. Ah ja, stimmt. Ich kann nicht mal ran, Mann! Komm runter! Na! Ja! König der Blüten? Ja! Lüben! Na! Was ist denn gleich? Gibt's da Kindheits-Memories zu König der Blüten sein? Absoluter Klassiker. Hat da jemand geweint? Ich glaub, da hat jeder geweint. Ich glaub, ich hab's noch nie geguckt. Was? Was? Damn! Es gibt einen Test, der ist sehr bekannt. Man muss eigentlich, wenn man ein erstes Date hat, mit der Person König der Löwen gucken. Wenn die Person nicht weint, dann datet ihr einen Psychopathen. Und dann müsst ihr ganz schnell da raus. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ah! Nein. Okay. Ja! 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 Joker! Joker! Ich warte, ah, ich wüsste. Du bist ein Stein. Ja! 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 Stimmt! Alles ist, alles ist! Alles ist, alles ist, alles ist. Könnte ich mal mit dem! Jetzt muss ich wieder ausgleichen, ne? Wir haben keinen Druck hier wiederkommen. Wir haben Druck. Siehst du, ich war gar nicht so schlecht und bei der Sammlung ist parentiert echt, findest du nicht, Ariel? Ja, ich wollte... Ich war mir nicht sicher, ob Sam oder Ariel ist. Ich wollte es einfach sagen, weil es waren schon... Flipper! Okay, Ariel! BAM! Reflexion! Lieblings-Disney-Französse. Rapunzel! Oh, stark! Zählt, zählt Moana als Prinzessin? Ja, ich glaube sie zählt. Ich will auch Moana sein. Wilde Kerle! Nein! Ja, natürlich! Wir sind wilde Kerle und wir haben doch nicht so nass! Das ist krass! Alter, ich höre das immer noch täglich, diese Songs dazu. Da gibt es so eine geile Playlist auf YouTube und da gibt es so richtig romantische Songs von Leon, wie er so Gitarre spielen mit so einem Glitzerhut und so. Das ist richtig Kindheit, das höre ich jeden Tag. Jeden Tag? Ja! Wie alt bist du, Mann? Ich hänge noch ein bisschen in der Kindheit. Aber ich fühle das irgendwie. Ja, Mann. Okay, stark. Ja, mit Punktest du in der Grundschule auf jeden Fall. AAAAAAAA! Ja, Karo. Ja, ich habe auch gedacht, ja Karo. No! Ja! Das ist mal falsch! Wir sind jetzt dran! Wir müssen jetzt dran! Ja! Ja! Könnte das Madagasko sein? Könnte es so Tarnbombi oder sowas sein? Tarnbombi oder sowas sein? Tarnbombi oder sowas sein? Tarnbombi! Tarnbombi! Nee! Ich hab noch nie Naruto geschwöre, ey. Ich hab am Anfang an dieses, ha, ich guck gerade Naruto noch mal. War ja so schlecht. Wir haben beide voll wie Naruto-Freaks, dann haben die so, ha. Und er sagt, das funktioniert. Naruto, ich so, nein. Believe it! Ich will mir kurz einen Aufwandcheck machen, einmal. Rhyme ist das stylischste Opa der Welt. Mal ganz kurz ins Bein-Bein. Das ist mir eine Ehre. Schau mir mit einem Klassiker an. Beim ersten Sound muss das eigentlich sitzen. Das ist Will Smith in The Prince of Bel-Air. Das ist eine Geschichte. Wir haben alle Ballett. Wir haben alle Ballett. Wir haben alle Ballett. Wir haben alle Ballett. Das war so, weil die Jugend auf jeden Fall. Game of Thrones. Ja. Das hätte ich gewusst. Das hätte ich gewusst. Das war das erste, was ich direkt gewusst hätte. Wir haben halt früher noch draußen gespielt. Ja, eben. Ich muss auch sagen, ich hab wirklich nach der Schule früher sehr viel Zeit auf ProSieben und so verbracht. Also wenn ich die ganzen Serien jetzt wieder nicht erkennen würde. Außer Game of Thrones, hab ich ja so kurz gemacht. Ich hatte ein Fahrrad als Kind. Ja, ich auch. Hier kommt. Big Bang Theory. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Wir lieben es wissen. Wir lieben es wissen. Wir lieben es wissen. Ich kenn das so gut. Wie mein Tipppunkt? Das spielt in New York. Sex in the City. Yes. Yeah. Ich hab das im Kopf, weil ich hab früher meiner Mutter auch so oft Sex in the City gefühlt. Es gibt Löwenzahn, wenn ich es in den Altenfunk. Löwenzahn, wenn die Menschen is. Ja, ich bin richtig. 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 Das hab ich nie geguckt. Ich guck halt eine gebündete Serie. Ja, nur die, wo die Leute anzugetreffen. Gut, gg. Ich sag ehrlich, ich hätte keine einzige Serie gewucht. Stabil. Okay, wir sind in der Kategorie Filme angekommen. Julien's Favorit, aber guck mal. Ich geb mein Bestes. Ja! Was zur Hölle. James Bond? Aber, aber es ist noch ein zweiter Film tatsächlich. Den glaub ich nicht. Ich dachte aber auch an James Bond. Wow, was? Das dauert. Willst du mir nochmal den ganzen Checkers geben nach dem vierten Mal? Ja. Ich glaub schon, dass das herrscht. Ja. Dirty Dancing. Ja. 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 Das kann doch nicht machen, Alter. Das geht so. Ja. Ja. Schmeier. Jungs, wann habt ihr das geguckt? Das würde ich mit meiner Wahl ganz gerne machen. Ich hab's noch nie gefällt. Hast du nie geguckt? Ich schwöre ich das, das mein Lieblingsfilm ist. Ich hab's noch nie gefällt mir. 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 Jokers. Es ist schon mal spannend zu machen, können wir jetzt zwei Punkte gewinnen. Pro Frage? Ja. Titanic. Yeah! Warte mal, das ist doch The Incredibles. Harry Potter. Der war nicht zuerst. Nein! Video Referee. Video Referee. Harry Potter. Team Loser. Aber seid ihr magisch? Wir sind magisch. Was ist jetzt passiert? Zaubert. Magik. Also Leute, das war's von der Song-Challenge. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr so Formate wollt und was ihr euch vorstellen könntet, was nächstes Mal Kategorien sein können. Genauso brauchen wir eigentlich Bestrafungen für dieses Verliererteam. In dem Sinne, abonniert den Kanal, liked das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Ciao! You got my heart, don't need nobody, ask you everything I want. Cutting your gravity, been falling from the start. But as long as you hold me, I will never be going low. Let's get away, and we can find a place where no one knows our names. Turn into ghosts, we be going M.I.A. And as long as you hold me, I will never be going low. Bye.